Tief stehen dann die Balleroberung, das schnelle Umschalten und der Rest ist bei diesen Konter-Experten Formsache. Mit einem 1 zu 0 geht's also in die Pause. Ja, der Ball, der rollt schon wieder. Wahnsinn, wo holt er den denn her? Diese Technik, die ist überragend. Fantastisch. Jetzt liegen sie mit zwei Toren vorn. Den hat er einfach perfekt getroffen. Es gibt nicht viele Spieler, die den Ball aus so großer Distanz so beeindrucken, den in den Kasten lagern. Le Niveau ist die. Vielen Dank. Vielen Dank.